Das ist Herr Sparfuchs und Herr Sparfuchs fährt seit über 30 Jahren unfallfrei. Deshalb hat er inzwischen die günstigste Schadenfreiheitsklasse bei seiner Versicherung erhalten. Dennoch fragt er sich, ob er für seine Versicherung nicht doch zu viel bezahlt. Also begibt er sich ins Internet und sucht online nach einer preiswerten Autoverseicherung. Dabei gibt er bei der Suchmaschine seiner Wahl den Begriff günstige Autoverseicherung ein und schon das erste Suchergebnis führt ihn zu den unabhängigen Experten von günstigeautoverseicherung.info. Neben einem komfortablen Vergleichsrechner findet er auch viele wertvolle Informationen und Tipps, wie er bares Geld bei seiner eigenen Autoverseicherung sparen kann, etwa durch die Zweitwagenregelung oder die genaue Einschätzung seiner jährlichen Fahrleistung. Wenn du auch wissen willst, ob deine Autoverseicherung billiger sein kann, dann klicke auf das Suchergebnis rechts neben diesem Video und mache den kostenlosen Vergleichstest.